So, hallo, nächster Tag. Ich hoffe, dass ich nach der Aufnahme auch noch Zeit für Things habe. Versprechen kann ich aber nisch. So, ähm, let's go. Äh, Musik, 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 Musik. Die Playlist von gestern ist noch am Laufen, das heißt, die kann ich einfach weiterlaufen lassen. Zack. So, und, äh, ja. Spotify, lass dich wieder klein machen, danke. Nehmen wir noch auf, habe ich irgendwas gestoppt? Nein, sieht gut aus. Prima. So, dann gucken wir mal, welcher Buchstabe uns heute ins Glück führt. Irgendwann haben wir da auch alle durch. Wobei, weiß ich gar nicht, es wird wahrscheinlich einfach zufällig rausgesucht, sodass, ich glaube, auch, heute, jetzt habe ich zweimal X gemacht, sodass auch Buchstaben häufiger vorkommen. Alter, wie viel Pech hat man? Hallo? Alles klar. Äh, sodass auch Buchstaben häufiger vorkommen können. So, wir haben n, damit starten wir bei, äh, Otakle. Bei n fällt mir doch spontan Natsu ein. Da nehme ich doch gleich mal den guten Natsu. So. Wünsch mir Glück. Okay, okay, ein S haben wir bekommen. Ander ist an dieser Stelle. Ah, das ist immer dann ein bisschen schwierig. Weil man nicht so schnell, also leichter ist es, wenn man von Anfang an was überlegen muss und nicht so, hey, ich muss jetzt ein Wort finden, was an der vierten Stelle ein S hat. Äh, okay. Gut. Ähm. Tja. Dazu. Was gibt's denn so für Game-Charaktere, die ein S an der vorletzten Stelle haben? Äh, F. Und kein A. Hat nämlich gerade was im Sinn, aber der hat ein A. Hm. Boah. Aber wisst ihr was? Wir nehmen erstmal noch so ein paar andere Charaktere. Und dann können wir ja gucken, wie wir hinkommen. Nehmen wir mal... Irgendwas, was ein... Ne, Quatsch. Was ein S hat, wollte ich sagen, aber es ist ja schon weg. Hm. Oh, äh... Was ist mit Miss... Ah, Scheiße, ist an der falschen Stelle, das S. Okay, wir haben einen I grad gewonnen. Okay, wir haben einen I grad gewonnen. Ähm. Oh, ich glaub, Otakele ist echt nicht so... Was ist das für ein Lied? Klingt interessant. Okay. Lass mich mal kurz nachgucken. Hard Reset, das klingt auch wieder nach so einem Eigending. Sollen wir es mal laufen lassen und gucken, wohin es sich entwickelt? Oder bleibt das so komisch? Es baut sich auf, vielleicht kommt noch was Cooles. Wenn es so bleibt wie jetzt, dann bin ich nicht so Fan davon. Muss ich gestehen. Hm. Oh, was könnten wir da jetzt noch nehmen? Okay. Wir fallen nur Sachen ein, wo die meisten Buchstaben schon weg sind. Das ist blöd. Hm. Keine Ahnung, gibt es Trist? Ah, ne, Trist ist Quatsch. Gibt es... Du weißt. Schade. Oh, aber irgendwas mit Du Reis. Da gibt's doch bestimmt irgendwas. Gibt es Brise? Reis? Ja, den gibt es. Okay. Oh, wir haben Is am Ende. Nice. Wir haben Is am Ende. Das war ein guter... Das war ein guter Guess. Äh, aber kein R, kein B. Weis wäre ein Wort. Schade, den gibt es scheinbar nicht. Okay. Hm. Also, Pfise klingt irgendwie komisch. Pfeis oder so. Cl, Clise. Clise könnte ein Name sein. Ich wüsste nicht, woher der kommt, aber es könnte ein Name sein. Schade. Boah. Aber mit... Also mit... Mit L könnte noch mehr. Also so Lise könnte ich mir fast vorstellen. Aber ich wüsste nicht, mit welcher Kombination. Clise. Ah, irgendwie nicht. Was ist mit Gise? Guys? Flise? Aber ich kenne die Leute halt nicht. Aber sowas in der Art könnte ich mir fast vorstellen. Delise? Hm. Irgendwas in der Art könnte ich mir echt vorstellen. Oder Duise? Duise? So, keine Ahnung. Irgendwie so englische Namen können ja ganz vielfältig sein. So, Guise. Warum soll jemand nicht Guise heißen? Weiß es nicht. Guise. Aber ich bin schon echt gespannt, ob es jemand ist, den wir kennen und ich gerade einfach nur nicht draufkomme. Oder... Oh, warte. Zwei Es wären doch auch denkbar. Weiß. Schade. Zweis. Aber wie heißt? Wie könnte der Typ heißen? Oder wir haben mit einem O vorne. So, Ulise zum Beispiel. Das ist gar kein Eis-Typ ist, sondern mehr so eine Ulise. Oh, Wiese? Ist auch nett. Oh, Piese. Oh, Peis. Oh, Weiß. Oh, Weiß. Hm. Oder Euse. Irgendwas mit Euse. Luise. Gibt es Luise? Schade. Wäre halt mit U eigentlich, ne? Du, Ise. Dois. Keine Ahnung. Gois. Ois. Ich weiß halt nicht, wie Leute... Wir haben ein H. Hiese. Oh, Hiese. Ein H. Gibt es Schiese? Scheiß? Nein. Fiese? Feiß? Nein. G-H-Ise? Geiß? Nein. Aber Weiß habe ich ausprobiert. Ja. Aber das H muss jetzt hier an der Stelle vom O sein. Was kann denn da noch davor sein, vor dem H? Äh. E-Hiese? Ey, ich bin übelst gespannt, was das für ein Charakter ist. Man sieht da die Char... Ah, Giese. Okay, wer ist das? Wer soll das sein? Na, man sieht da die Charaktere am Ende. Ja. Genau. Kenn ich. Nee, kenne ich nicht. Keine Ahnung. Oh, und guck mal, der hat hier... Ach, doch. Ich habe jetzt immer fünf Versuche gebaut. Okay. Ja, gut. Ähm. Ja, das war das. Oktordel. Let's go. Aktualisieren. So. Wir müssen mit N starten. Also nehmen wir Neues. Okay. Das war schon mal ziemlich stark. Ähm. Dann nehmen wir mal Apple. Nee, das ist blöd. Das ist blöd, weil das das eh sogar hinten und... Äh. Dann nehmen wir mal... Äh. Ist Lebra im Englischen auch... Okay, existiert sogar auch. Dann nehmen wir Lebra. Dann nehmen wir... Wo ist mein S bisher? Immer an der 2, an der Stelle, wo es jetzt auch wäre. Schade, denn es ist nicht so gut, was ich bauen will. Dann probieren wir uns erst mal vorne aus. Entschuldigung. Hm. Wo hatte ich eigentlich auch schon an der 2. Stelle. Da ist es fast ungünstig. Oh, warte. Skol. Skold. Gibt es nicht. Skolo. Skold. Echt nicht? Das klingt nach irgendwas, was es geben könnte, aber... Ja, dann gibt es halt kein Skol. Hm. Skol. Schade. Ähm. Dann machen wir doch mal Stolk. Schade. Stolo. Äh. Stolk. Stolt. Stoli. Stolk. Stolk. Gibt es echt kein so Wort? Stolm? Na gut, dann gibt es Stolm halt nicht. Schade. Stolk. Stolk. Aber Is darf da nicht stehen. Ist schon raus. Stäle. Okay, ein zweites E. Soll ich es ausprobieren? Komm, wir probieren es aus. Okay, das war es natürlich nicht. Okay, was darf da dazwischen sein? Ah, Y-Style. Ja, ich bin blöd. Of course, der Style. So, jetzt haben wir noch sieben Wörter und acht guesses. Also, einmal darf ich noch falsch liegen. Beziehungsweise ist halt benutzen für Rategeschichten. Okay. Äh. Mein Augenmerk springt spontan auf das Wort Nummer sieben. Da haben wir S, N, des I, des S, des L, des A. Wir haben also alles, was wir brauchen und wir wissen, dass es mit S losgeht. Und nach S kann jetzt nicht ein Endkommens nie... S-S-S-Nah... Oh, doch, kann. Snail nämlich. Die Snaggy. Scheiße. Okay. Slain. Also dann. Aber ab jetzt muss ich alles richtig haben. Ab jetzt muss ich alles richtig haben. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ab jetzt muss ich alles richtig haben. Okay. O, E, R. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel, was wir da haben. Hm. Da haben wir nur O, O, R. Okay, das wird schwierig. Das wird sehr schwierig. Da haben wir nur E und I. Das ist auch nicht so gut. Wort 4 haben wir N, L, T, I. Und L, I liegt schon fest. Okay. Probieren wir das aus. T, I kann ich mir nicht vorstellen. Äh, L, I darf es aber auch nicht sein. Also scheint mir fast, dass das ein neues Wort ist. Äh, ein neuer Buchstabe ist und wir dann Flint haben. Ja, das wäre denkbar. Wir probieren Flint und wenn es das nicht ist, habe ich Pech gehabt. So, let's go. Scheiße. Äh, okay. Äh, was kann er noch so hin? Clint? Clint gäbe es auch. Ja, komm. Let's go. Ach, komm schon. Was kann er noch hin? Das gibt's auch. Ja, komm, wir machen weiter. Ist mir jetzt egal. Okay, Clint wäre es gewesen. Ja. Ja, was willst du machen? Also. Was willst du machen? Ähm. Jetzt haben wir da drüben L, I, T. Das war's schon wieder. Hm. Okay. Dann haben wir C, L, T, E. Und zweimal E. Okay, okay. Da drüben haben wir auch alles. Elekt. Das muss Elekt sein. Ja, das ist Elekt. Mhm. So. Okay. Bei dem letzten, äh, Oktordl oder Wördel oder wie auch immer, haben wir auch zweimal das E. Aus dem ein O und ein R. Also da haben wir auch fast alles. Wir starten sogar mit einem E. Erode. Es ist Erode. Mhm. So. Jetzt muss ich die anderen mal kurz im Kopf lösen, dass ich die sagen kann. Und dann wir gucken, was es wirklich ist. Also C, E, I, D. Okay. Das Wort Nummer 5 könnte D, E, D, Zim gibt's nicht. D, Zim, D, Zim. D, Zim. D, Zim. Jetzt gibt's alles nicht. Okay. Dann ist es IC. IC. Was kommt dazwischen? D, Mic gibt's das? D, Mic gibt's. Okay, ich gehe auf Demik für das Wort Nummer 5. So. Wort Nummer 1. L, T, I. Sonst keine Information. Und L, I ist der Start. Das ist nicht, okay. T, I, klingt komisch. Dann muss das T aber an der dritten Stelle sein. Also Lit. 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 Hm. Was kann hinter dem Tee noch kommen? Oh, ja. Nth. Th. Okay, irgendwas mit Lith? Und dann vielleicht... Weiß ich nicht. Blith? Gibt es das? Nein. Gibt es Cliff? Nein. Gibt es... Blith? Oh, Blith kann es gehen. Nein, auch nicht. Blith? Nee. Slith kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee. Okay, kein Lith. Zumindest nicht so, wie ich denke. Wie könnte es noch sein? Was kann noch nach Tee kommen? Ich meine, nein, uh, Lithu. Aber... Lithu, Lithu, klingt alles komisch. Hm. Was könnten da noch hin? Also, das muss halt nach dem Tee kommen in der Buchstabe. Aber Lith kann nur TH oder TU aufhören. Alles andere sieht komisch aus. Lithu, Lithu, Lithu. Lithu, Lithu, Lithu. Nee, ist echt nicht. Also Lithu. Aber... Was soll das sein? Lithu? Lithu? Das gibt es doch auch alle so nett. Lithu? Okay, ich habe keine Ahnung. Ich lasse das Wort mal sein. Gucken wir doch die anderen an. Aber das GRO-Ding, da werde ich auch ein bisschen überfragt. Ja gut, schauen wir mal nach. Schauen wir mal nach. Ich schreibe einfach nochmal Erode. Ist ja wurscht. So. Blitz. Oh, TZ. Ja, TZ kann es aufhören. Blitz hätte ich aber jetzt halt nicht als englisches Wort. Wäre es nicht Lightning? Blitz? Na gut, meinetwegen. Eject, Style, Glint. Glint. Bin ich da? Habe ich hier an Glint? Oder an was habe ich gedacht? Ich weiß es nicht. Ach, Glint habe ich ja richtig raus. Ups. Oh, Medic. Ich hatte was ganz anderes. Was hatte ich? Womit habe ich geschätzt? Ruff. Okay, Ruff. Slain und Erode. Moment, was habe ich gesagt? Ich habe nicht Medik gesagt. Das weiß ich noch. Ich habe nicht Medik gesagt. Was hatte ich denn? Für eine Idee. Ich hatte irgendeine Idee und ich habe gesagt, die merke ich mir, aber ich weiß nicht mehr, was meine Idee war. Stark. Ähm. Was war denn meine Idee? Was war denn meine Idee? Ich habe nicht mit C gestartet. Ich habe mich mit D gestartet. De. 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 Ach, war es nicht dieses Demik oder so? Irgendwie sowas? Ja, Medik. Okay. Na, es wären immer die richtigen Buchstaben gewesen. Okay, Medik. Gut. Ähm. 20 Minuten. Ich bin schon wieder so leicht schläfrig. Ich lasse jetzt mal die, die kleinen Wörtels aus. Sorry. Ich will noch die großen Sachen machen, bevor ich wieder hier in diesen Halbtunnel-Schlaf komme. Minus 4. Plus 9. Jetzt wären wir bei 5. Wieso habe ich 2 mal Plus geschrieben? Plus 9 mal 1 ist 5. Oh je. Wobei, was heißt oh je? Kein Minus, kein Plus, ein Mal und es ist keine einschlägige Zahl und keine 5. Okay. 9 und 1 kommt vor. Hilft mir jetzt auch nicht so stark. Aber gehen wir mal auf 2-Stellig. Entschuldigung. Dann machen wir doch mal 1 mal 9. Mal 7. Ist gleich 63. So, why not? Bisher nichts, was dagegen spricht. Na, bisher absolut nichts, was irgendwie dagegen spricht. Let's go. Okay. Okay. Irgendwas haben wir mal 9 und wir haben ein 2-Stelliges Ergebnis und 6-3 ist raus. Wir haben nicht mehr viele Zahlen übrig. Aber die 9 muss eine zweite Stelle haben. Das wird jetzt aber... Okay, jetzt wird's interessant. Nee, muss sie nicht. Muss sie nicht. Da könnte auch ein Geteilt sein oder sowas. Oh, ja. Weil das Ergebnis ist zweistellig. Das wissen wir jetzt schon. Und die erste Zahl ist einstellig. Aber es ist nicht die 1. 2 mal 9 wäre 18. Wir haben jetzt aber nur noch geteilt durch. Durch 1 wäre immer noch 18. Wäre aktuell nicht verboten. Das ist jetzt mein Problem. Nein, ich habe keine 7 eingebaut. Nevermind. Ich muss eine 7 einbauen. Wäre aktuell schon verboten. Okay, dann lasst doch 7 mal 9 machen. So. Ist 63. Und jetzt muss eine zweistellige Zahl rauskommen. 63 durch 2. Ja, das geht nicht auf. Durch 1 geht auch nicht. Weil das 63 wäre. Durch 2 geht nicht. Durch 7 ist schon zu viel. Außer man lässt 0... Lässt man 0,9 als Ergebnis... Achso, ich kauf nicht hier durch 7. Hier darf die 7 gar nicht stehen. Okay, 7 mal 9 ist Quatsch. Gott. Aber wir haben auf jeden Fall mal 9. Dann machen wir mal 8 mal 9. Ist 72. Durch 2. Ist 41. 40 habe ich aber keine 7 dann drin. Scheiße. Ha. Hm. Wie könnten wir das kombinieren? Wie könnte man das kombinieren? Hm. Also 7 mal 9 wäre halt 63. Aber durch was teile ich dann die 63? Um auf eine zweistellige Zahl. Nee, es geht nicht. Es geht nicht. Mal 1 darf ich nicht an der Stelle. Also doch dürfte ich aber. Dann wäre das Ergebnis 63. Und das wäre falsch. Puh. 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 Weil mein Hirn gerade scheinbar zu viel gefordert ist. Was ist mit 9 mal 9? Ist 81. 81 durch 7 ist Mist. Durch 8 ist Mist. Durch 2 ist Mist. Was ist mit 81 durch 1? Okay, lass mal 9 mal 9. Durch 1. Ist immer noch 81. Jetzt habe ich keine 7 drin. Ich muss ja irgendwo die 7. Wo kriege ich denn die 7 her? Wo kriege ich denn die 7 her? Also aus 7 mal 9 lässt sich nichts brauchbares basteln. Was zweistellig ist. Soweit sind wir schon. Höh. Hm. Ich stehe auf dem Schlauch. Womit kann ich diese 9 mal nehmen? Äh. Äh. So. Es ist nichts passiert. Ihr habt nichts verpasst. Hoffe ich. Äh. Weiter. So. Ähm. Das war strange. Okay. Was machen wir jetzt hier? Ich bin echt noch. Ich bin echt noch... Also die kleinste Zahl, mit der ich die 9 multiplizieren kann, wäre die 2. Alles andere wird zu groß. Schaffe ich es, die 9 mit etwas zu multiplizieren, sodass im Ergebnis eine 7 ist? Oh mein Gott, ich bin dumm. Ja, 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 ja. Ähm. Ach nee, ich musste die 1, ja scheiß. Was hatte ich... Ich hatte gerade eine Idee. Was war meine Idee? Ich hatte gerade eine Idee, aber jetzt ist sie weg. Doch, ja, ähm, 8 mal 9 geteilt durch 1 ist 72. Das sollte im Bereich des Erlaubten sein. Oh Junge. War ich lost. Okay, kurzes Global. Wir müssen mit N starten. Hm. New Zealand. Okay, das war nix. Ähm. Noch mehr Länder mit N. Niederland. Niederland. Schreibt mir den Quatsch. Netherlands. Auch nix. Was gibt es denn noch mit N? Niederland. Was gibt es denn noch mit N? Oh, okay. Wir haben eine Farbe. Wir haben eine Farbe. Jetzt kann ich von N weg. Jetzt muss ich von N weg. Okay, das war nix. Hm. Ja, da müssen wir jetzt mal da so ein bisschen rumprobieren. Okay, das ist heller, ne? Das heißt, Nepal war näher. Oh Gott, bitte nicht irgendwas von diesen ganzen Arns da drüben. Lasst mich mal Turkmenistan probieren. Hm, das gefällt mir net. Das ist alles gleichfarbig ungefähr. Weil India ist zu nah, dann wäre Nepal viel dunkler. Ich meine, wir können mal... Oh, hier, Mongo-Dings, Mongolei. Aber wie schreibt man das? Mongol? Wie schreibt man nur Mon? Mongol? Schade. Äh... Boah, in welche Richtung könnte es denn gehen? Also doch eher in die Richtung, ne? Okay, lassen wir mal Jemen jetzt nehmen. Ah, mit Y. Das ist dunkler. Oi, oi, oi. Aber auch nicht so richtig dunkel. Das ist doch wieder sehr weird hier alles. Lass mal Pakistan nehmen. Ich nehme jetzt India, auch wenn ich India nicht glaube, dass es das ist. Das ist jetzt schon sehr dunkel. Okay. Also, so ein bisschen verstehe ich die Farbgebung hier jetzt nicht. Dass das gleich so sehr dunkel ist und das andere nicht. Aber dann lass mal... Oh... 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 Schade. Ich habe so auf Sri Lanka gehofft, ne? Shit. Bangladesch? Hä? Also, excuse me. Das ist alles so... Nee, nee, nee. India ist ja. Hä, wieso sind die anderen denn dann so hell, wenn Indien trotzdem... Hä? Wie ist denn das jetzt wieder hier alles berechnet? Dann muss Oman doch auch nicht passen. Ja, Oman hat auch diese Farbe. Ja, aber da unten ist nix. Hä? In welche Richtung sollten das gehen? Ich meine, dann machen wir halt jetzt mal Dings hier. Singapur. Wie schreibt man Singapur? Warte, ist Singapur nicht eine Stadt? Ich glaube, ich bin schon wieder dumm. Ah! Ach, nee, Singapur. Ich bin dumm. Hm. Aber das hat jetzt auch nicht getroffen. India ist am... Äh, also... Also, irgendwie weiß ich nicht. Vor allem, weil die halt... Also, weder in die Richtung, weil da ist ja eigentlich Bangladesch was und nicht passt, dann... Also, da... Checkt die Farbgebung nicht. Ich glaube, ich sollte mich nicht zu sehr von der Farbgebung verwirren lassen. Ähm. Was ist denn da noch alles? Vietnam haben wir. Thailand. Äh, das ist auch wieder so. Ist mir jetzt wurscht, ich nehme jetzt noch China mit rein. Also, diese Farbgebung verwirrt mich böse. Weil, wenn es hier was wäre, dann müsste das doch genauso dunkellila, aber... Hä? Man, da ist noch diese... Ist da nicht noch diese Inselgruppe hier irgendwo? Was ist denn da für eine Inselgruppe? Ist das... Ist das Dings? Ah, das war Quatsch. Wie heißt denn diese Inselgruppe hier? Die wir bei... Bei World Geographic Games auch immer haben. Die ist auch noch mein Land, aber was für eins. Scheiße, die gucke ich kurz nach. Die gucke ich kurz nach. Die könnte ich mir noch vorstellen. Die könnte ich mir noch vorstellen. Die Maldives. Genau, die Maldives. Also, die Malediven. Die könnte ich mir noch vorstellen. Alter. Nimm mich global wie du hops heute. Ja, das war das Einzige, was Sinn ergeben hat. Aber sieht man das jetzt überhaupt? Das ist... Das ist... Das ist... Weiße. Ach, komm. Ach, diese... Ja, scheiße. Okay, ich habe heute jetzt irgendwie keine so große Lust mehr. Nachdem mir gerade wieder die Aufnahme abgeraucht ist. Äh, jetzt... Nee, komm, reicht für heute. Reicht für heute. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Da fällt hier noch der Allesmögliche um. Was ist denn jetzt wieder hier um? Hallo? Was ist denn das jetzt wieder? Ist jetzt der Stift darunter gefallen? Will der Stift... Will der Stift, dass ich... Will der protestieren? Ja, okay. Komm, dann machen wir noch schnell das Gewürtel. Wenn der Stift protestiert, dann machen wir noch kurz das Gewürtel. Reiß drauf. Ähm... N. N und am besten Gen 4 oder so. N gibt es nicht für Gen 4. Schade. Ja, dann nehmen wir Neubad. I don't care. Gen ist weiter unten. Gewicht ist weiter oben. Chillig. Dann nehmen wir was aus Gen 3. Was schwerer ist, zum Beispiel Nosepass. So. Nosepass. Zack. Oh, wir haben ein Gesteins-Pokémon, aber keinen Single-Typ. Okay. Und es wird schwerer. Okay, das kann ich mir dann ganz gut vorstellen. Und wir sind in Gen 2 oder 1. Okay. Dann gehen wir jetzt mal auf. Wobei, ich kann noch mal N machen und gucken, ob ich da noch Stone finde. Ich glaube aber nicht. Ne. Okay. Ich meine, dann gehen wir doch jetzt erstmal auf die ganzen Geo-Dinger. Ja, ne? Achso, die hieß ja nicht Geo. Oh, wir hatten das noch letztens des Geo-Watz. Wie wurde das denn geschrieben? Wie wurde denn Geo-Watz auf Englisch geschrieben? Geo-Watz. Geo-Watz. Ich guck nach. Ich kann es mir nicht merken. Aber ich muss auch keine englischen Pokémon-Namen mir merken. Also, man kann viel erwarten, aber so einen Quatsch nicht. Geo-Watz. Wo bist du? Wo bist du? Golem. Richtig, Golem. Noch Golem. It in. Zack Let's go Alles klar, gut, dass wir noch Squirtle gespielt haben Danke fürs Zuschauen und Tschüss